so meine freunde herzlich willkommen zu dem nächsten case opening hier im counter strike global offences dann haben wir mal kurz einen schwarzen bildschirm und jetzt ist er wieder da sechs weitere schlüssel sechs weitere bravo kisten stehen an ja quatsch nicht lange sondern legen gleich los und 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 jawoll stedrick ja das hat was jetzt nur noch einsatz erprobt sein okay okay ist noch mal jetzt also mal eine schöne m4 a4 circa sieht auch ziemlich abgenutzt aus oder ist diese einsatz erprobt irgendwie alles einsatz erprobt hier weiter geht's noch eine stedrick war schön gewesen gut wenn jetzt sagen wir für stadtkämpfe in ordnung weiter geht's eine ump die sowieso nicht jeder braucht egal in welchem design ja gut sieht aber halbwegs ordentlich aus wo letzte kiste ja gut kann man den mac 10 oh sieht schön aus sieht wirklich geil aus alles einsatz erprobt gibt es die nur einen einsatz erprobt haben wir bis jetzt jeweils hier irgendeine gut immer minimalware haben wir rausgekriegt aber trotzdem letzte kiste durch andersrum vorbeigescheuert und nochmal eine ump nice so ja schade aufwerten kann ich nicht so viel habe ich leider nicht da aber wir haben der m4 s deadrack und der normale ist immerhin schon mal etwas gut meine freunde ich bedanke mich wieder fürs zuschauen dankeschön wie gesagt panterchen für die kisten und schüssel wir sehen uns dann beim nächsten case unbedingt wieder wenn ihr mögt Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch daran